Ich hätte 2 Millionen und wir hatten eine halbe Million gekostet, weil ich mir gedacht habe, pfff. Gesundheit. Danke. Ach, was hätte ich gesagt? Ja. Ich habe mal eine Million. Der Mac Tatters, ey. MC Tatters. Make group. Make group. Tatters. Oha. Sorry. MC Tatters gerade da? Ja. Aber Make group war gut. Oder nicht. Warum ist da ein Busch auf der Straße? Da steht ein Busch auf der Straße. Warum? Ich habe keine Ahnung wo denn. Hier überall bei mir gerade. Ja. Siehst du das auch? Ja. Magdi, die warten auf dem Bus. Hinter dem Busch. Buschbus. Was ist das? Oh, das ist eine Busch an der Stelle hier. Alter, der ist vermüllt. Alter. Was ist hier los? Die Grey-Grey sitzen hier. Die haben Besuch nicht gehört, die Stelle Ellen. Wahrscheinlich. Man kommt ein Zwang mit Nitro. Ja. Realistisch. Das ist. Ja. Der MC Tatters. Achso, der ist weg. Sorry. Ich habe nicht mal geguckt. Ne, ich bin nur wieder da. Hey, der Formel 1 Fahrer ist da da. Ist auch die Busch auf der Straße? Ja. Ja. Gönnen. Eine Ahnung von der Ema. Wenn ich bin. Kann ich nicht meinem Boot hier nehmen? Ja. 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 Weißt du das dann? Ja. Das habe ich vorhin gemacht. Worte, die durch einen Hafen in vollem Betrieb fahren. So was hat es Ihnen gegeben. Die Fahrer werden irre Spaß haben. Und alle werden ausrasten. Das sagst du nur so lange, bis einer von einem Henker platt gemacht wird. Das Rennen habe ich heute schon gemacht. Wir haben Vorfahrt. Ja. Warum wird es alles unerledigt angezeigt? Oder war ich zur niedrigstufe? Ne, war mir das normal. Ich habe sogar nicht immer noch mal erzählt. Aber ich meine, ich hätte... Hä? Ich habe es auch auf niedriger Stufe geschafft. Ich bin das Rennen. Aber ich habe es auch schwer geschaffen. Ne, nein. Ich habe es normal, wie es war. Weil alle auch. Und ich meine, ich hätte die Sophia geschlagen. Oh. Das ist irgendwie auch so runterfahren. Ich habe es. Ja, ja, ja. Go. 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 von mir ist er joe von mir ist er hier im rand da die ist hier was sagt mein freund wenn ich an die sophia rangehe das ist ein tanker kein spielzeug da vorne wird es ziemlich eng also pass auf jetzt wird es lustig lustig ich verstehe hier schon den spaß hier ist immer dabei da kommt die sophia ich sehe nicht hin ich sehe nicht hin ok ich sehe hin da habe ich vorhin auch gesagt hätte manchen geschaut das ist kein spielzeug ja genau nehmen wir einen pfeiler mit sophia ich bin mal dann brauche ich doch mit fern ich bin ernst doch oh mann nein ach ne quatsch ich habe auch zweiter beendet vorhin nochmal gut ich würde sagen das machen wir nochmal oder das ist einfach dann direkt auf meister klicken ich habe sowieso keine chance wie man sieht dann wird doch noch ziemlich weit vorne ja wenn ne 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 Ah, Kuss und Ziel noch, schade. Dritter. Reise reicht nicht aus. Mit Ina alle brauchen bla bla bla. Ja, ich weiß. Ben wird gleich neu gestartet. Oh mein Gott. Weiß ich, die Biete ist so blöd und trotzdem letzter. Ich hab gar keinen To gegeben. Ja, dann ist auch schneller als meiner. Hast du auf Boot gewechselt? Nein. Okay. Was hat der Boot nicht vorhin? Ihr macht was jetzt. Ist hier erst Viertel. Ja, da gehört es auch hin. Ist der noch hinter mir eigentlich? Nein. Ich glaube, der hat den Platz gehört. Den springt der David einfach auf mich. Was geht denn bei dir Fleisch, Junge? Das ist ein Tanker, kein Spielzeug. Hat er David dich einfach besprungen? Ja, hat er. Ich zeige dir, wenn du praktisch willst. Echt so. Ich denke, nur einer von uns beiden muss gewinnen. Das reicht. War besser, wenn ihr beide auf dem ersten, zweiten sollte. Da vorne wird es ziemlich eng. Also pass auf. Jetzt wird es erst lustig. Es wird eng und lustig. Ich bin außerhalb der Karte. Ja, nee. Komm. Wir haben das geschafft. Wir haben das geschafft. Nee, nicht außerhalb der Karte, außerhalb der Strecke. Ja. Marie macht es halt zu. Boah. Ja. Ich seh nicht hin. Ich seh nicht hin. Okay, ich seh hin. Okay, ich seh hin. Ich seh hin. Ich seh hin. Okay, ich seh hin. Hat mir sowas vom Porto, der Typ. Wo er nicht hinschaut. Huiii. Wanne. Ich habe heute ein Dreiste hinter mir. Ja, da sind auch zwei. Nein, jetzt ist ein Reinheit in mir. Der andere sitzt vor mir. Ah, verdammt. Ah, Pizza-Joe, ey. Nein, das ist Banana-Joe. Ah, Banana-Joe. Ich muss die ganzen Butter-Pinster-Filme noch bei Netflix gucken. Ist ein Pfeiler. Ich weiß. Pfeiler. Das will ich nicht sagen. Du hättest mich gemerkt, weil ich dagegen gefahren bin. Ah, Sophia, wer ist jetzt hier besser? Ja. Bitch-Fight, alter. Ja, drei Sekunden plus. Das schaffst du. Da ist egal, ey. Er meinte mich. Ich bin Joe und Joe weggefahren. Er hat noch einen Auftrag. Ein paar Bananen-Pizzen machen. Ah, ich dachte, die Zuschauer dürfen auf das Gelände. Ich bin der da runden. Und der ist nicht so groß. Ich bin der da drauf. Okay. Ich bin der da drauf. Günter bang. Und ein signieren. Adrenalin-Junkies. Klar sind wir das. Warum etwas tun, was schon jemand gemacht hat? So sicher, so öde, so... Gän. Nein, danke. Ich gehe lieber ans Limit. Es ist so viel cooler, wenn man es schafft. Sieh dir das an. Du wirst zu einem waschechten Freestyler. Nun, wenn du deinen Vogel nur halb so gut in Form halten kannst wie deinem Ruf. Ich glaube, du hattest das Video schon, kann das sein live? Ja. Na, dann kommt es dann bei dir auch nicht. Und einmal drehen. Gut, 42. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Ja, das ist es. So, dann machen wir das Nächstes. Blum, blum, blum. Habt man gerade die Demons? Ja. Okay, habe ich auch gerade gemacht. Ja, die habe ich noch nicht gehabt, deswegen. Na, ich auch nicht, deswegen habe ich es gerade gemacht. Radarfall auf der Brücke. Ich habe ein Flugzeug, ich will das klappen. Nein, ich glaube nicht. Auch wenn ich schon mehr Anschwung. Wow, ernsthaft. Er hat ja nicht gewährt, wegen dem scheiß Unfall. Was kommt denn auf dieser Autofahrer entgegen, ey? Ja. Dann ist Marie... Ja. Ja, wohl geschafft. Ganz traurig. Oh. Ja. Alles tüff, tüff. Hallo. Hallo. Mein großer Bruder, mein kleiner Bruder hier. Nee. Mutterschiff und Tochterschiff. Große Freundin, helle Freundin. Gebote raus, Längengvergleich. Hi. Hey, die hat mal weitergeschoben hier. Marie ist verging den Pfeiler gebrochen. Oh. Was können sie eigentlich, ey? Gar nichts. Ich helfe dir. Danke. Da heißt einer Crew Hunter. Crew Hunter? 2,94 Kilometer. Die ist Crew Hunter. 2,94 Kilometer. Nee, der nicht. Hm, das tun kann man nischt. Au. Santa Monica Drag Race. Empfohlen 335. Ich 335. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Drag Racing sieht easy aus, aber erfordert jede Menge Konzentration und Technik. Und das in verdammt kurzer Zeit. Inzwischen, nach dem ersten 3 Mal, da bist du noch rausgekommen, wie es funktioniert. Falls nicht, gibt's nicht. Ach, wenn du mir gesagt hast, dass dir das funktioniert, habe ich es rausgekommen. Nee, 339 habe ich es gemacht. 341. Ach, so war ich schon mal gemacht. Welche Kodi für 6 Sekunden, alles nicht klar. Ah. Ich bin dran vorbeigezahlen, die fangen schon mal an, ne? So, was das zu können war, keine Cockett. Ich hab die Cockett. Jetzt erstmal Burnout. Ja, komm. Ja. Im grünen Bereich halten. Auf 1. Ich kenne das überhaupt nie, ey. Ich war im Start verpasst. Ender kack. Ja, ich hab einfach... Ey, das ist ein Kodi, Ender, Alter. Sie tragen zum Kahn vorbei, hier. Ich kenne das überhaupt nicht. Ich hab am Anfang auch gehandelt, bin ich gar nicht hinterhergekommen. Genau, das ist die 6 mal hingekommen. Man muss halt auf diese grüne Markierung achten und wenn die Daten kommen, da musst du halt dann schalten. Okay. Also am linken Rand. Also ich bin überhaupt am Anfang auch, ich bin gar nicht... Ja, das erste, wir haben nicht mal gewusst, dass wir schalten müssen. Wir sind im ersten Gang die ganze Strecke langgeeiert. Ja, wie ich gerade, ich eie gerade rum. Also auf RT schaltest du, ne? Ja, genau. Abby, sorry. Genau, Abby. Abby ist schalten. Achso. Ja. Mhm. Achso. Ja, schön. Ich hätte auch keinem gesagt. Ja, das wusste man einfach auch nicht. Bis dann leistet ich, dass ich Zufall es rausbekommen habe. Okay. Achso läuft das, alles klar. Ja. Komm, okay. Wenn man es erstmal rausbekommen hat, dann geht es einigermaßen, aber... Ja, aber man muss auf einmal auf wir raffen wollen, wie das geht. Oh, ich bin eine vierzigste rüber. Ne, wobei, drunter noch. Ne, war schon, ne, ich war es geschafft noch. Ey, du hast dir die Vorgabe überholt, so lange die Vorgabe überholt, bist du drunter. Wetter von durchlaufen, der letzte. Ja. Die beste Zeit davon wird heute gemacht. Ja. Dann wäre halt dann deine Augen. Wetter von durchlaufen, wie kann man denn sechs Sekunden shoppen, Alter? Okay, ja, ich bin nicht sicher noch unter 15 Sekunden gekommen. Ich bin nicht wissen, was ich für einen Wagen hatte. Ah, jetzt bin ich bei 13 Sekunden. Ich auch nicht. Ich bin ja jetzt von der 5,5 km. Okay, du hast das gerade so hingekriegt. Das war knapp, aber ich beschwere mich nicht. Naja, ich habe es gerade so hingekriegt. Nöööööööö. Springen rum, was heißt? Gott weiß, Sprung. Das gucke ich gerade wieder aus meinem Dingens und dann... Alter, das ist gar nicht echt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017